Schmeiße ich jetzt hier einfach die Klippe runter. Ein bisschen mehr Holz. Boah! Als ob ich's gehört hätte, ey. Du blödes Vieh. Willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session. Dann... Ich wollte den Eta-Mod ausprobieren. Das Problem ist, ich habe das alles schon gemacht. Ich habe drei Stunden gespielt. Dann habe ich festgestellt, dass der Hintergrund zwar nicht aufgenommen wurde. Ganz fantastisch. Super toll. Das heißt, ich muss jetzt nochmal neu aufnehmen. Das heißt, ich werde nicht so begeistert sein. Und es wird auch nicht so witzige Dinge geben. Wie bei der ersten Aufnahme. Es tut mir sehr leid, aber so wäre die Aufnahme auch doof gewesen. So, als erstes mache ich hier im Kreativ-Modus mir mal eben ein Eta-Portal. Das funktioniert so ähnlich wie das mit dem Neta-Portal. So, man macht sich ein Portal diesmal nur aus Glowstone. Dann nimmt man sich einen Wassereimer und zündet es sozusagen damit an. So, das waren jetzt auch die ersten beiden Schritte. Jetzt können wir den Modus wieder ändern. Ihr müsst das mit diesem Game-Mode C und S machen. Ansonsten funktioniert das mit dem Spiel nicht richtig. Warum auch immer. Und da ist voll die geile Map. Ich habe da sogar Pilze. Voll die coole Map, die ich hier erstellt habe. So, und jetzt geht es aber auch schon ab in den Eta. Ich hatte mir bei dem ersten Durchlauf natürlich nichts durchgelesen. Und dachte, ach, guck, fängst du einfach mal an. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Kram schon durchgelesen. Das heißt, ich bin jetzt mehr bewandert und kann euch natürlich auch schneller die Sachen zeigen. Das heißt, das wird eher ein kurzer Ausflug. So. Also, der Eta ist eine komplette neue Ebene, so wie der Neta. Mit ein paar netten Features drin. Und wir haben hier eine ganz tolle Stelle zum Spawnen gefunden. Da, da kann ich lang. Gut. Es gibt hier ganz normale Bäume. Die kann man auch ganz normal abbauen. Was wir jetzt auch machen werden. Weil ich möchte ja schon ein bisschen spielen. Nur komme ich halt jetzt natürlich schneller voran, weil ich jetzt die Grundlagen dann schon kenne. So. Und hier kann ich ganz normal craften. So wie sonst auch. Was ist das denn für ein komischer Stein? Den habe ich zum Beispiel im letzten Durchspielen gar nicht gesehen. So ein komischer Stein. Die Musik ist ziemlich schön. Und jetzt holen wir uns dann noch ein bisschen mehr Holz. von diesem Baum hier. Es gibt hier verschiedene Kreaturen, die man halt filmen kann. mit denen man interagieren kann. Manche machen aber auch gar nichts. Die Töne sind sehr schön. Von den Walen zum Beispiel. Die hört man die ganze Zeit. Dann gibt es hier Moas. Moas legen Eier und die Eier kann man aufziehen. Vielleicht finde ich ja jetzt in dieser Runde diese Blume. Weil ich habe beim letzten Mal die ganze Zeit eine Blume für eine andere Blume gehalten. Total dämlich war das. Aber jetzt wo ich das dann vernünftig in der Wiki nachgelesen habe, kann ich euch das natürlich auch gleich vernünftig erklären. Das ist ja auch sehr scheiße, genau über diesen Abhang, diesen Baum abzubauen. Ähm, ja, den Baum mag ich auf jeden Fall nicht und das hier ist alles sehr knapp. Ähm, jetzt machen wir erstmal hier raus und das Werkzeug, dass das ein bisschen besser geht. Erstmal eine Spitzhacke, dass wir uns ein bisschen Stein besorgen können. Der ist auch genau über uns. Das ist genauso Stein wie bei uns auch in der normalen Minecraft-Welt, nur dass das jetzt halt Äther-Stein ist. Das andere ist Äther-Dirt, also Äther-Dreck. Ihr wisst ja, ich habe das Spiel auf Englisch. Ich habe das so lange auf Englisch gespielt, dass es, ich weiß nicht. Auf Deutsch gucke ich das dann einfach nur komisch an. So, wir machen einfach hier ein bisschen was frei und craften uns daraus dann Werkzeuge. Es ist wohl so, dass man auch andere Werkzeuge sich craften kann, aus den verschiedenen Rohstoffen. Das habe ich aber auch bei der letzten Runde gar nicht gemacht, weil dann würden wir einfach ewig spielen. Sollte ja eigentlich nur so als so ein netter Ausflug sein, so ein paar Folkchen, um das normale Let's Play ein bisschen aufzulockern. Und hier kommt dann auch das Lila, ne? Das ist dann eins von den besonderen Erzen, die es gibt. Das ist schon ein bisschen seltener. Es gibt halt auch so ein gelbes Erz und das gelbe Erz funktioniert so wie Kohle. So, jetzt haben wir schon einiges an Stein. Jetzt können wir uns nämlich die ganzen Werkzeuge aus Stein machen. Dann sind die nämlich auch stabiler. So, drei an der Zahl. Okay. So. Dann sammeln wir hier die noch ein, die daneben gefallen sind und dann bauen wir auch das spezielle Erz hier oben ab. Ah, da ist noch was. Da jetzt noch mehr ist, müssen wir gucken. Hört sich aber nicht danach an. Ich sehe jetzt auch nichts so. Ne, das war's wohl. Aber da haben wir gleich einen Glückstreffer bekommen. Und ich weiß nicht, aber irgendwie gibt es dann manchmal wohl auch, dass dieses Ambrosia dabei rauskommt. Danke. Das ist eine Wolke. Die sind sehr nervtötend, aber wenn man die erwischt, dann ist man sie los. Diese Wehrung oben, die habe ich übrigens noch nicht nachgeschlagen, was das macht. So, auf jeden Fall kann man mit diesen Ambrosia Lampen machen. Und damit können wir uns das jetzt auch hier ein bisschen heller machen. So, hier ein bisschen mehr sehen. Vielleicht entdecken wir ja hier noch irgendwo ein Erz. was uns über dem Kopf hängt, was wir gar nicht gesehen haben. Aber nee, nichts dabei. So. Aus dem Holz können wir ganz normal auch Kisten machen. Jetzt machen wir aber erstmal Ey, auch mal so ein Spezialschwert. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und dann suchen wir uns noch ein bisschen mehr Schmeiße ich jetzt hier einfach die Klippe runter. Ein bisschen mehr Holz. Boah. Als ob ich es gehört hätte, ey. Du blödes Vieh. Die tauchen irgendwie auch immer in Rudeln auf. Und ja, die pusten einen dann runter. Und wenn man dann hier runter in den, ähm, ja, in der normale Welt fällt, dann klatscht man erstmal auf. Das ist mir nämlich auch passiert. Als ich das erste Mal gespielt habe. So. Das hier ist so ein besonderer Baum. Hier kommen Äpfel raus. Und mit den Äpfeln kann man sich entgiften. So. Ich muss auch sagen, dass meine erste Aufnahme auch nicht besonders toll geworden ist. Ich habe da halt viel falsch gemacht und musste viel nachgucken. Und dann hätte ich auch die stundenlang schneiden müssen. Deswegen kommt mir das natürlich auch entgegen, dass ich jetzt einfach nochmal neu aufnehme. Das ist dann einfach weniger Arbeit. Also nachbearbeiten, das kann auch sehr lange dauern. Und dann teilweise länger als das Aufnehmen an sich. Also hier seht ihr, kommen diese Äpfel raus. Und mit diesen Äpfeln kann man sich dann entgiften, falls man sich mal vergiftet. Und hier kommen auch schon so andere Holzstücke bei raus. Das ist dann irgendwie gleich Zaun. Das ist so ein bisschen komisch. Aber ja. Wenn man das abbaut, hat man gleich Zaunstücke. Und das ist wieder einer von diesen Bäumen, die einfach nicht aufhören. Der ist unendlich hoch. Also Nachts spawnen hier jetzt eigentlich keine total gefährlichen Monsters. Hatte sich eigentlich... Ja, habe ich keine Monster gesehen. Dann gibt es hier... Ah, da ist auch schon das gelbe Gestein. Das ist das Gestein, was wir eben auch so aus Stein rausbekommen haben, was man zum Anfeuern und auch zum Erleuchten benutzen kann. Das bauen wir jetzt natürlich dann auch direkt ab. Das ist jetzt nur so ein scheinheiliges Ding gewesen hier. So ein einziges, ey. Oh Mann. Okay. Dann war das halt nur eins. Okay. Wir bauen hier so ein bisschen Holz ab. Und das hier ist eine Orange. Das ist so eins von den Früchten, die man hier essen kann. Dabei muss man immer erst das obere abbauen. Und wenn man das dann abbaut, kann man es wohl auch neu anpflanzen. Dann kriegt man so einen Sämling. Das machen wir jetzt mit der hier auch. So. Da unten ist unser Portal. Und hier oben sieht es ja eigentlich schon ganz ordentlich aus. Dann werden wir uns hier irgendwo mal dann niederlassen. Gucken wir mal noch hier oben. Na ja, mit so ein schönes Plateau, wo man einen so schön runterschießen kann. Ich hätte mir letztes Mal so ein Loch gegraben. Aber, weiß nicht. Habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. So. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Holz. Das heißt, wir können uns jetzt auch eine Kiste machen. Wo wir dann erstmal schon mal ein paar Sachen ablegen. Die wir so gesammelt haben. So. Wir können die zwei Orangen hier ja schon mal hinpflanzen. Bis die dann wieder wachsen können. Und den Zaun können wir ja später benutzen, um uns hier so einen Zaun zu machen. Damit, wenn die Wolken uns auf den Keks gehen wollen, die uns nicht so viel tun können. Da ist auch schon so ein Schwein. Und dann kann man später gleiten. Jetzt aber noch nicht. Weil wir uns erst einen Sattel machen müssen. Ah, das hier ist übrigens so ein Sand. Und wenn man auf diesen Sand tritt, dann bewegt man sich in die gleiche Richtung weiter. Indem man sich gerade bewegt. Das ist sehr gefährlich. Weil man dann wo runterrutschen kann. So. Aber der ist hier so schön, dass man den wunderbar abbauen kann. Hier haben wir dann so eine Springwolke. Die buxiert einmal eben 20 Meter nach oben. So ungefähr. Autsch. Ähm. Da bin ich auch dann schön in den Tod gefallen. Und das hier ist eine normale Wolke. Und man kann sich mit dieser normalen Wolke... Ich muss aufpassen, dass ich nicht da runterrutsche. Kann man sich Fallschirme bauen. Und wenn ich dann irgendwie aus Versehen aus dem Äther fallen sollte, tue ich mir nicht weh. Weil ansonsten würde ich dann nämlich unten aufschlagen. Und ich hatte beim letzten Let's Play Glück. Da bin ich nämlich, äh... Auf dem Wasser aufgeschlagen. Weil wenn man nicht auf dem Wasser auflegt, dann tut das doch sehr weh. Und dann überlebt man das eventuell auch nicht. Aber hier haben wir jetzt normale Kaninchen. Die kann man schlagen. Und dann kriegt man, ähm... Ja, Faden raus. Und damit können wir jetzt uns... ...dann sein Fallschirme machen. Ich hab halt wie so eine Wolke gehört oder was war das? Nur ein bisschen aufpassen. Und ein bisschen die Orientierung behalten. Weil da hinten ist das Portal. Weil ich jetzt noch nicht so viel Leuchtesteinchen hab. Das ist auch ein bisschen schwierig. Da haben wir Moors. Und da können wir auch gleich darauf warten, ob die ein Ei legen. Aber das Ei kann man halt... ...nur ausbrüten. Wenn man halt den passenden Kram dazu hat. Und das ist, ähm... ...von so einer speziellen Pflanze... ...der Drop.